Mein Name ist Dominik Schulz. Ich bin die Funktionsdienstleitung des Anästhesie-Funktionsdienstes hier in der Asklebestinie Barmbeck. Wir sind ein buntes, vielfältiges Team mit einem breiten Qualifikationsmix aus Gesundheits- und Krankenpflegekräften mit und ohne Fachweiterbildung und anästhesietechnischen Assistenten. Wir sind neuen Mitarbeitern gegenüber sehr aufgeschlossen und es fällt niemandem schwer, schnell bei uns Anschluss zu finden. Jeder neue Mitarbeiter erhält anhand seiner vorgebrachten Erfahrungen eine strukturierte Einarbeitung, welche sich jederzeit an der Geschwindigkeit eines jeden Einzelnen anpasst. Unsere Hauptarbeitszeit befindet sich im Regeldienst ab 7 Uhr. Darauf folgen drei Spätdienste und zwei Bereitschaftsdienste, einer für den Zentral-OP und einer für die Geburtshilfe. Unterstützt wird dies durch einen Rufdiensthabenden an allen Tagen. Ich empfehle meinen Mitarbeitern, offen und freundlich hier auf die Kollegen zuzugehen. Bei Fragen habe ich aber jederzeit auch ein offenes Off für sie. Wenn ich ihr Interesse wecken konnte, lade ich Sie herzlich ein, Ihre Bewerbungsunterlagen an unsere OP-Managerin von Möbis zu übersenden. Wir laden Sie im Anschluss gerne zu einem persönlichen Gespräch an einem Hospitationstag ein. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.